Halt die Fresse, Habe ich auch. So, dank dran zusammenreißen, keine geht auf Infanterie, bis wie es läuft. Einer, Leute. Halb, halb. Metal, Leute. Metal. Mitkommen, weg vom Gegner, warten. Rechts aufpassen, nicht abspalten lassen. Gehen zusammen über links rum. Catwin über links, links und rum. Warten sie auseinander und dann nach rechts. Abspalten und nach rechts. Rechts, 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 rechts. Weißen abgespalten, ne? Nein, wir sind in zwei, in zwei. Wir sind in zwei, in zwei, in zwei. Ey, fluchen wir auf links, aus. User, join your channel. Geht zur Masse. Wieder zusammenfinden, alle. Hügedonnen, kommt wieder. Die Hälfte, die Truppe ist weg. Ich wollte gerade sagen, wollten wir jetzt von den kleinen, die Truppe hier. Wir unruhen, den 2 und rauf, den Truppen auseinander spalten. Hinteren abspalten, wenn es geht. Spalten den ab. Komm zusammen, wer abgespalten ist, wenn er uns schreit. Radius, don't let him out. Wir sind wieder in zwei Gruppen abgespalten. Leute, ihr müsst nach links. Achtung, wir müssen nach links Leute, kommt die mal grad nach rechts? Alter, drei Leute auf einmal gestackt. Achtung jetzt, keine Pferde verlieren. Parch, lauf. Und? Deckt euch nicht, die Masse. Oh, schön. Dreht mal um bitte. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Bleibt hier auseinander, macht ein bisschen Action hier. Danke. Links, Richtung Mapende. Links, Richtung Mapende. Schön, Exo-France ist tot. Oh, sorry man. Sorry, sorry. Oh, sehr schön, wunderschön. Den hätte ich auch der töten. Der tötener. Jetzt müssen sie zusammenkommen, die haben immer noch gute Leute. Mach mir gut bisher. Achtung. Die haben einen am Boden hier, den werden wir jetzt früher lassen. Die haben zwei am Boden, die haben zwei am Boden. Die da hinten bei unseren Spawnpot nach links snappen. Die macht das gut, also Masse kommt da hinten. Masse kommt los. Ja, Arschlapp, Checker. Steht da auf Steam-Gruppe als Ankündigung. Der muss sterben, Leute. Der muss sterben. Radius, stay with me. Vorsicht. Ach, ja. Sicher, sicher, sicher. Alles am Boden, mach mir gut. Ja, Piponi. Ja, nice. So, Richtung der Mitte der Map ein bisschen raus. Richtung der Mitte der Map ein bisschen laufen. Bisschen erstmal sammeln. Richtung der Mitte der Map. Skip you, bist du behindert? Meine Fresse. So, breit machen für Kurve rechts. Und rechts rum. Jetzt kriegt die weg. Am K. Vorsicht, rechts, ja. Oh. Weißens rechts hat gespeichelt. Vorsicht von Links. Die sind direkt nicht gesehen. Ja, hab ich nicht gesehen. Ich dachte auch keine Leute. Das ist ein Pferd. Dann ist das Pferd hier. Dann ist das Pferd hier. Dann ist das Pferd hier. Dann sind wir rechts raus. Dann sind wir rechts raus. Ah, sieh. Harte. Sorry, ich bin abgespalten. Oh, 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 oh. In der Map-Mitte. Ich hab vier Leute. Fünf. So lange einfach überleben. Einfach nicht angreifen. Sechs Leute hab ich hinter mir. Also, die gehen jetzt auf dich. Hör auf, dass ein Infantrist Leute sich nur einreiten. Ach so, für die. Na, Jungs. Vorsicht. Hab ihn. Fährt, 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 fährt. Ich hab ihn noch. Mitkommen, mitkommen. Mitkommen, mitkommen. Töte den Infantristen, einer. Mit Unterbezieher, der gerade so macht den weg. Der ganze Rest mitkommen. Hast du? Okay. Jungs, ihr müsst echt aufpassen. Die laufen die ganze Zeit weg und dann scheren sie irgendwann aus so plötzlich. Also, ihr müsst den rechts zu halten, da vorne abgespalten. Wir kommen denen entgegen. Ja, ich war gerade raus, ne? Ich weiß, das war ein paar hier. Zwei von denen sind schon angehittet, die hinteren beiden. Wir kommen einfach lange überleben. Versuch, uns lange wim zu wägen. Versuch, richtigen Mappen, wenn es bis uns geht. Wir kommen. Ach, das ist nur Wohler, die Hinden. Ja. Geh raus, sammeln, weg, vernichten, die Masse reinlaufen. Lass mal warten, 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 sammeln. Mitkommen. Achtung, da. Gertwin über links, Jungs. Über links und rum, über links und rum, über links und rum. Achtung, Füße links. Ja, 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 ja. Zug über den Smapen bekommen, nein, kriegen wir nicht. Edwin über rechts und rum. Nicht rechts, Leute. Es gibt hier auch schon wieder eine falsche Seite. Vorsicht. Jungs, die kommen wieder von rechts. Da ist einer abgeschweite Richtung Infanterie. Ihr habt den Hürde gehalten? Ja, nice. Ja, nice. Good job. Wunder aufpassen, ihr seid ein bisschen allein hier drei. Vorsicht, Deck für mich. Oh, den Dreck hinter mir. Am vordersten rechten dran, am vordersten rechten. Jungs, könnt ihr noch nichts gehen? Achtung. Ja, da schaust du. Oh Gott, er geht zurück wieder zu Marsel. Infanterie sammeln, den ganzen Rest von uns zu Infanterie. Oh, ne, heute läuft's echt nicht. Jungs, bei der Infanterie bei Fiti, brauchst du Hilfe? Ey, Volko, zu Infanterie kriegt. Na, Fiti könnt ihr noch saven, dahin. Ja, schön. Nice. Jungs, Infanterie zusammen. Und alle Jungs, alle bei der Infanterie bleiben. Er saved Fiti da ein bisschen, aber laufen mit der Masse rein. Infanterie sammeln, Infanterie groß, Raum einnehmen, wie's wie das läuft. Kavaleristen machen. Richtig fett. Einfach noch viel durchlaufen. Versucht zu viele dismonen, wie ihr könnt. Einer ist abgespalten. Ah, Jungs. Das hab ich nicht gesehen. Das sind viel zu häufig die ganze Zeit. Alles gut, alles gut. Wir haben viele Infanteristen. Infanteristen weit auseinander, nehmt Raum ein. Nicht so kuscheln, ihr müsst Platz nehmen. Können wir den anderen Infanteristen hingehen? Nein, immer richten Kampf laufen, Kavalerie. Das kriegen wir nicht. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht. Schruppspiel Mottoflay. Immer die mitkommen. Immer die bisschen richten Kampf laufen. Stich dich ab. Team 10, bitch. Team 10, bitch. Eike. Mich bitte nicht stacken. Eike. 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 Alles, Junge. Ja, tut mir leid. Schön, schön, ihr, dass wir uns seht. Mach das langsam, viele Pferde. Da ist immer alles zu besser. Jungs, wir greifen in Infanteristenmaßen und vielleicht kommt ein Kavalerist dann zu uns, um ein bisschen abzulenken. Alles, mach einfach nichts. Eike, du hast zwei hinter dir. Rechts abspalten, Jungs. Eike war sie direkt. Eike, uiuiui, Eike. Eike, schlechte Richtung zum hingehen. Ja, schade, Eike. Ja, okay. Was denn geht denn? Ich bin frei, Eike. Brauchst du es jetzt? What? Unlucky. Ich renne einfach weg ein bisschen. Lauft mal direkt zum Schwer. Vielleicht krieg ich ein paar Dismounted dahin. Komiert, was du kannst rein. Konzert. Hätte irgendwer ansagen können. Hätte irgendwer ansagen können. Hätte viel Leute mit mir mitlaufen, an denen der Gegner schon vorbeigelaufen ist. Ja, zu den Infanteristen gehen, Leute. Fehler. Fehler. Hannes, nee. User disconnected from your channel. Ich will nicht am Mapende kämpfen. Du bist aber gleich dort. Wunderschön. Schön zu alles. Ich glaube, den hatte ich vorher auch schon angegelt. Ja, Mapende ist jetzt sehr bald. Huiuiuiui, okay. Ja. So viele durchs Mauten wie der ganze. Jetzt brauche ich. Ich muss aber so gerne springen und den Close-Linern. Oh, schade. Schade. Trotzdem, Gottblock. Das wäre erwischt ich nicht mehr. Aber nur durch Mauten. Nein, kommt wieder her. Feiglinge. Feiglinge! Komm auf, wir zacken mitten rein. Wir laufen einfach immer weit in die Richtung, wenn es geht, damit wir zu Thales kommen, wenn es geht. Ja. Thales kesselt in der Maprand. Thales kesselt sie einen jetzt. Wie vom Schlachtfeld. Warte auf, die werden dich gleich umdrehen. Einer von denen ist da oben. Aber nicht, die rennen weiter weg. Keine Ahnung. Ich bin safe, ich bin safe. Das ist noch nicht vorbei. Das ist noch nicht vorbei. Ah, das war Destras. Sehr schön. Uiuiuiui. Uiuiui. Noch nicht vorbei. Der Thales jetzt klatscht, oder was? So, ganz kurz, schon mal Analyse. Anfang, sehr schön. Im Midgaming. Ich mach das noch. Ähm, Jungs, ganz kurz, die stellen sich so darauf ein, dass wir die so abspalten. Ach, Bullshit. Alles? Ich hab doch geschlagen, hallo hier. Uiuiuiui. Da fehlt's einfach was erklären. Äh, die laufen einfach weg. Also wenn wir die abspalten, die laufen einfach weg. Aber teilweise, ihr müsst dann schon ein bisschen aufpassen. Weil teilweise stellen die dann doch aus und dismorten euch einfach. Ich hab drei oder vier mal gesehen, dass die einfach die Pferde verloren haben. Weil die einfach den Stumpf hinterher gelaufen sind. Also noch ein bisschen Augen auflassen. Auch wenn die einfach nur Stumpf gerade ausreiten. Gut. Oben blocken, alle da. Alles? Ja. Warte geht's. Wego. Ja, eigentlich nicht nur die Arme, das ist wirklich. Sehr schön gemacht. Die Adi, ich hab' gesagt, die Nupren, den haben wir gerecht wie nächstes. Und die guten Leute müssen wir wirklich aufpassen. Und wir sollten bitte niemanden langen. Rechts und links. So bereit machen für links um. Wollen wir wieder straight rein? Warten, 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 müssen wir warten. Warten, 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 warten. Und los. Vorsicht, ich hab' jetzt drei, vier hinter uns. Vorsicht, Masse. Macht ihr gut, macht ihr gut. Ja, schön. Achtung von hinter uns kommen. Nimm den. Warte, du zum Masse. Vorsicht von links. Bring die ab, lass sie nicht raus. Warte, links. Warte, links. Mach du, sag die links. Nicht das Pferd töten. Nicht das Pferd töten. Das noch ein Pferd. Hier zum Pferd. Tötet den Dude. Infantry, pass auf, hier würden... Keiner von uns abgespalten. Ja, beim Mappen in die Ecke, so ein bisschen. In der Ecke sind zwei Gegner. Beiner noch. Lass auf den gehen. Hab' ich? Sehr schön. Achtung, Achtung, Achtung. Quasi, die Masse komportieren. Schön, 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 schön. Achtung, jetzt aufpassen. Nicht stehenbleiben, sehr schön. Infantry wegbleiben. Infantry wegbleiben, ihr habt's gehört, Männer. Oh, sorry. Achtung, denn. Hab' ich. Nicht wegen Infantry. Rechts von dir, Eike. Schön, Eike. Hier, hier vom Pferd. Fert, 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 Fert. Alle gehen jetzt straight auf euch. Bleiben, bleiben, bleiben. Halten erst mal, warten. Fert, 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 Fert zu dir. So, mitkommen. Blocke oben, mitkommen. Bringt sich einfach rum. Blocke oben, elf gegen neun, wenn ein Überzahler laufen fährt. Weiß. Den hintersten rechten da, ein bisschen. Den hintersten rechten da, gucken. Mittendurch erst mal, wir gucken, wir gucken, gucken. Warten, links halten vom Gegner. Links halten vom Gegner. Ach, über rechts und rum. Schau. 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 Jetzt holt ihn euch. Ja, nice. Da fährt das. Wer hat den wir gebraucht? Wer ist denn desmottet? Ich. Derin Spawn. Derin Spawn bei mir ein bisschen gucken in die Ecke. Guckt, wenn wir kriegen können. Hier, 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 links, links. Ey. Wir sind hier. Ja gut, Destroyer, Achtung, pass auf von rechts. Achtung, Achtung. Achtung. Nicht noch wegschmeißen, Leute. Jungs, bleibt da hinten dran. Da sind zwei abgeschmaltes Reis. Hinter der Etatsch, kommt. Oh, sorry. Sorry. Oh, wie. Äh. Äh. Egal. Der hat sich gefällt. Da, einer bei dem. Inventristen, greift den Infantristen. Gebt den Kableristen. Block den nur, dass er langsam läuft. Lass doch wieder sammeln, Jungs. Lass doch wieder eine große Maske. Recht für dich, Jungs. Schön. Mach du mir das? Mauerisch. Das ist ein guter, ja. Wie geh jetzt um die Leute bei mir los? Wie geh's den anderen? Wie geh' zu den anderen, da? Weg hier bei mir, weg bei mir, weg bei den Gegnern. Wir haben ja einen abspalten. Wir kommen. Uf, wenn das heute nicht, ob es nicht geht, sagt einmal Bescheid, ne? ja so schon wieder aber glaube ich ja 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 ich wollte nur erwischen der ist umgedreht und da wollte ich ihn erwischen dann musste ich noch mal Achtung von links kommt drei von links der Rest von links auch passt der auf der auf dem Boden nicht kommen zu mir ich bin links von dir auf dem Boden wir können das machen wir machen Duellen Fehler wir haben Fährt Alter was ist das für das? Fährt 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 Zell von Recht einer macht den Boden weg Schatten die beiden am Boden Der ganze Rest macht ein bisschen Platz Oha hat mich jemand zugeschaut ich denke mal nicht Sehr gut heavy, sehr viel kraftvolle Nicht mit dem Team spielen Achtung von links zu euch Von links ganz langsam Sollten beide los sein Jetzt, der ist abgebremst Alter, den hab ich Okay, wie war das? Können wir euch nochmal Den hab ich Achtung, da kommt jetzt noch ein Rohrnzeug Hallo, Tatsache Mittler Ja, Infanterie Ah, schade Wir müssen die wegschmeißen, gibt denen keine Moral Kannst du vielleicht auf 1 gehen oder sollen wir 3 gegen da? Ja, mach weg Keine Duelle Ja, lass das die Infanterie Kann einer von euch fixen? Ich hab meinen Ping gefixt Nein, Richard, dein Ping ist mir zu unsicher, tu mir leid Oh, hallo, es gibt ja Ja, Dokler Lach, lach, lach Lach, lach Lach, lach Lach Ich hab eigentlich die ganze Zeit gebetet da in der Hoffnung, dass irgendwer von euch langsam mal drauf geht Oben blocken am Anfang, oben blocken, wir wissen ob alle da sind Nächstes alle mal langsam Bildschirm anmachen und Maus einstecken Sehr schön, das super funktioniert, genau so weiterspielen, ich bin begeistert Los geht's Ich glaube, ich kann vorne besser Ich denke, die noch ein paar Mal wechseln Sehr, sehr schön Rometheus ohne Tod Nice Und du machst nur eine Runde da vom Prinzip Was ist? Hast keinen Tod Du hast keinen Tod Guck so Warte, warten 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 Rechts oder links Ruhig erstmal, du durch, wir gucken erstmal Versuch die ein bisschen zu mappern zu drängen, links einer Schöne Achtung ist raus Sammeln Bisschen zusammen, zusammen, zusammen komm, zusammen Gether, gether Passt schon, passt schon, ja mann Na mein, hier, rechts euch, mich hier, 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 hier Und hier in die Ecke drängen, in die Ecke drängen Oh, ihr seid Mongolen, Alter Sorry Prometheus, Alter, kass Links hier bei mir, seid ihr da? Deswegen geht's mir auch auf Pferde, Prometheus Bitte? Hier vorne links, bei mir, links Ja, ja, ihr habt das echt schon, wir gesehen Lasst die nicht raus, lasst die nicht raus, map in der Achtung Bin halt, bin halt, ist okay Vorsicht, ihr seid vorne ein bisschen Good job, Touch Lasst ihn weg, sorry Hey Denk doch einfach drauf Hallo Ralle So ein bisschen in die Mitte der Map ziehen, ein bisschen in die Mitte der Map ziehen, zusammen Gucken wir mal abspalten Vorsicht, mein Freund Vorsicht Rechts die Jungs, rechts den, rechts den, rechts den, rechts den Achtung in Verlust Guckt den Dreck in die Map, lasst den links nicht raus, macht links zu, links zu machen, links zu machen Ja, ist zu Ich bin hier desmottet Kommt da Leute von links, abschüttet euch so ein bisschen, lasst den nicht raus Äh, der Adler ist Mach der gut, mach der gut Du musst wieder zurück zum Master Leute Weg da, weg da, weg da, weg da Mach den weg, sehr schön Aller auf den Boden Wir kommen alle zu Wenn der hinten ein Pferd ist, er, ja okay Hier ist das an, hier ist das an Hier ist das an, hier ist das an Hier ist ein Pferd, Pferd, Pferd Zu sammeln, zusammen kommen, alle da, sehr schön, sehr schön, sehr schön heilige muttergottes ich habe den abgespalten drei stücke umgenutzt was für die unterbezieher macht ruhig ein call was für die infatree machen Links Erich gelaufen Vorsicht von links Links Pferd Ach die Tasche hätte ich da Links Vorsicht Hier ist ein Pferd Das hab ich Die drei bei mir hier weg Dann koste ich das an Ich dachte du siehst du Immer große Gruppe Jungs Ein Team Eine Masse Ein Volk Eine Rasse Hallo YouTube Hallo YouTube Oh sorry War auch kein zu guter Steuer Vorsicht hinter euch Kommt zu mir wenns geht Einen zusammen Ja mein erster Kill Danke zu mir sagen Gerne auch mein erster Kill Da ist noch ein Pferd Ne da ist kein Pferd Das ist ein Umschlag Direkt rechts Doch das Pferd lebt noch Weit wo? Rechts von mir Dräng ihn nach links ab Hä? Wieso rechts von mir? Ich hab gesagt dräng ihn nach links ab Ich hab schon rechts von mir Ok Eieiei Leben noch drei Pass auf Wo ist denn der dritte? Ich weiß nicht Ich bin nur zwei Wenn du das Pferd Ah Wenn da hinten war zwei Hatten Hatten Hitt drin Alter ich kundin Da ist ein Pferd Noch ein Pferd Zwei Pferde Sorry Tut mir leid Dafür wollte ich jetzt Das war ich jetzt noch Ich geb dir sogar rein Alter Höhne dich das Pferd Jungs konzentriere dich nochmal Nein was soll das? Ja Guck mal Hallo Die zwei die den einen da verfolgen Wartet Willkommen Willkommen Stopp Gun Weitpferd Bleib jetzt steh du Stopp Gun Arsch Noch ein Pferd Da ist noch ein Pferd freigewonnen So Blamiert euch nicht Der Mieter ist gestorben Sind neue Wohnung frei Ich weiß Drei Alles Offiziere Lass den jetzt rechts nicht raus Trinken zu mehr Brand Das können wir gerne mal gucken nachher Na komm schon Uff Geht an das Ding Ne Wer klatscht das Oh oh fuck Das war knapp Ja nice Keine Team Biss mal uns Da ist es ja ein Team Kaum wär niemand reingerannt Erstmal dicken Stich Eben das linke Ohr vom Krab gehauen Ja da bin da oben blocken Mach dir sehr schön Jungs Sehr schön Wir müssen mal aufpassen dass wir mitgämlich Zwei Gruppen machen Oder das ist ein bisschen eins auf die Gegner Aber sonst ist das sehr sehr schön Mach dir top Ja das weiß ich auch Eike Wieso wechseln die nicht ein Wie Oben blocken Ich wissen auch nicht Sonst soll ich grad nicht Wagt doch Stolk Was geht Ja hier diesen Genom Genoms Oder Anta oder so Stimme Warte Noch längs Warten 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 Wir warten wieder Warten bis wir Entschuldigung Entschuldigung Die haben sich ja gestackt Links den ein Links den ein Links den ein Bei mir Rechts vorn aber bei dir Vorsicht Drei Leute Von uns Den holen wir Ich weiß nicht Ich weiß nicht warum Ich weiß nicht warum Nichts den ein Ecke Nächste Ecke Nächste Ecke Ja Vorsicht Rechte Nach oben rechts Ja Put in euch Ja Vorsicht Vorsicht Wenn er nicht gleich stimmt Dann verpisst du dich Das wird nicht kühlen Werden fährt Werden fährt Oh das fährt Sam Das heißt ja Alle Ja willst du das Wird haben Nimm einfach das Wird abgespannen Du musst ein Schwert aufnehmen Ja Links Erik 8.30 Uhr Sehr gut Gut Oh Hast du dich denn durchgestanden Ja Gib dir dein Herz Ne Nein Ey Warte warum hab ich gestochen Aha Okay Ja Wir arbeiten zusammen Dammel Holt euch jetzt den Ja Perfekt Sehr schön So Bobbenkommando Oh Schade Ja nein Nicht das fährt kill Don't kill the horses Sorry Hier hinten links in der Ecke Hinten links in der Ecke Das geht an alle der Call Oh Komm schon Was Oh ich glaube ich hört Krasser Hit Nicht so krasser Hit Wer fährt zu sein Ja wir haben noch nen Dismount Ja wir haben noch nen Dismount Wir haben noch vier Dismount Mal gucken wer schneller da ist Dann lass das Pferd zu helfen Jungs Sieh die da hinten den verfolgen Komm mal wieder zurück Aber wieder verliert euer Pferd nicht Nein Achtung Ja dann gern Dann kannst du dir einen 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 verfolgen Hier den rechts bei der Ecke Bei den zwei grünen Bandern Los geht's Das ist das Also passt auf Wer kämpft den alleine Geht zur glandamten Gruppe Wer ist das Die setzen sich Die hübter uns ab Die hübter uns ab Schade Schade Ich hab's ja gerade gesagt Also Achtung von rechts von rechts Check out Raute weg Schade Werde versuchen zu salben Heike links Werde versuchen zu salben Da macht die weg ja Oh Da fickt sie einfach auseinander Ja Schön ja gut Boah ein Teamarbeit Nice Okay Fehler Danke herzlichen Glück Ähm Alle oben bleiben hier und alle oben blocken Ja geh geh Ich mach das Oh Oh Gott sorry Sorry Äh Hele Ich brauch ne Hele Jupp Jetzt ist wieder eine Ring Was willst du? Was mit Shylock? Ja ich hab ja gesagt ich geh raus zu balancen Aber jetzt ist wieder einer Ja Hallo Shylock du kannst rein Äh ja Ja Oder Shylock willst du für Strunk? Nee Shylock bitte der war im Training da Okay Der hat Vorrecht Das tut mir leid Weil das ist mir ganz ehrlich Jetzt ist wieder eine Ja Strunk muss jetzt raus Wir haben alle spawnen lassen So Wunderbar Schade Schade Shylock Ja genau 3 1 3 1 Sehr schön Leute sehr schön Leute Alles gut Alter Check out Und Thomas Geht ihr schon scheiße genug Naja Eigentlich wird ignoriert bei Decks 5 4 3 2 1 0 Minus 1 Perfekt Ja 5 Mach den sehr schön Ab nix zu meckern Los geht's Ich bin so 20 1 1 Bitte das darfst du nicht sagen Jetzt verkacken wir Nein wir machen das Wir spielen jetzt genauso wie das Ich bin nur in der letzten Runde Wir bleiben in der Masse Hört auf die Calls Macht er wirklich toll Wir machen das heute Achtung Vorsicht rechts 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 halten Rechts halten Boah Die haben hinter uns Wir haben uns eingekreist Wir sind eingekreist Ja Nach links rum Links rum Links rum Trink dir auseinander dann nach rechts Nach rechts Nach rechts Wie ging der Befehl nochmal von Serviert? Bei 2 7 Kein Stück zurück Hälfte Melodie Ja die versuchen mich abzuspannen Der muss tot sein Der muss tot sein Ach schade Vorsicht Aufpassen Aufpassen Sov hinter euch Erdvend über links Jungs Über links und rum Drenkt die gings Meppin Über links und rum Drenkt die mich in die Ecke rein da Guck den ein Er hat den in die Masse und läuft da Gut durch den Ja nice Hi Eicke Links in der Ecke Oh wieder schön Was ich wieder Ich hab noch geblockt Jeden ist ein Pferd glaube ich Ja Ah ne ne Ganz komisch Hier Echt das Pferd Ja wo denn Mache Begeistert Bitteschön Schön Arbeite zusammen Aufgespielt Aufgespielt Mach dir gut Achtung von links Checker Von links noch einer Schön Fack Damit die Gruppen wieder hier Und der Störger Geht so Leute aus der Ecke raus Geht so Leute bei mir Geht so ein Team Geht so ein Team Geht so ein Team die ganz vorne bei mir Äh Leute 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 Expo Jungs wir bleiben hier hinten Ähm Haltet die noch hier hinten Vorsicht Aua Wer darf ich? Ja Keine Duelle Macht er gut Sehr schön Boah schön Volant Achtung rechts Fin Achtung rechts Fin Okay Warum nicht Links ist einer Sorry Hannes aber Ich bleib lieber bei der Gruppe jetzt Also nicht auf die Infanterie Was ist das? Ich bin bei dir Hans Lange am Boden Ich kann nicht aufgehen Warte 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 Ja den meint ich auch Das war Das ist auch noch ein Fertig Gucken ob das vielleicht so Leben hat Nice Jungs Hier nehmt die gerade ganz schön auseinander Ja Boah alles hab ich Glück Wer wer das bloß die letzte Season Ja das stimmt Wer das bloß die letzte Season ist Warte Ja ich hab Ja ich hab Oh das ist die Fals Die beiden sind immer zu wenig Hab dich Hab dich Ne ich wollte ein Fertig Was ist mein Leben Jawohl und den Ja wir treffen nur einmal wirste Ja lass den Leute Bye bye Lass den links nicht raus Rechts zum Ende Da kommt er nicht weit Lass den links nicht raus Wir müssen nicht angreifen Wer ist das zugegeben Dann hab ich Lass den einfach nicht raus Achtung jungs von rechts Also Wohllands Zahles Zahles Ja da gell Ey Shylock ist doch da Deshalb hab ich's gedacht Hab die ab die ab die Sorry Wohllands Sorry Lass den in Ruhe wenn er nicht gleich killt Ja Jungs weißt In Ruhe wenn er nicht gleich killt Ihr müsst ein bisschen gegenhalten Nicht die Kurve mit reiten Macht einfach die Kabelresten weiter Wenn ihr in der Kurve macht könnt ihr ein bisschen gegen die euch Okay Lass die Inf Genau deshalb da aus Der war nicht Der war nicht Der war nicht Ich bin dann gesteckt worden Hallo Oh Leute Das stimmt Warum greifst du denn hier nicht verbreitet Ich hab unsere Info geholfen Ist in Ordnung Ist in Ordnung Wohllands Oh Hannes Reventiviert noch mehr Tatschmack stecken aber sonst scheiße gebaut wird okay ob das wohl an brasilien deutschland und schön wenn man heute gewinnen morgen denkt auch mal die anderen hallo und ich also richtig geiler fußballtag bei wem jetzt sind wir zu stunden das mit der pink das müssen kommen die posten mit hofstel kann also auch so mikrofon activated mikrofon Hallo YouTube! Abonnieren! Und Likeieren! Okay, tschüss Strunk! Unsere Aufnahmen sind sie, Herr Arme! Gesponsert von Pepsi! Warum stehen die denn so sehr raus? Ach, das ist das Recording, Freddy! Ist doch gut an! Ihr macht doch ein bisschen sehr schön! Müsste aufpassen, mitgehen gehen! Ein bisschen auseinander, aber sonst... Das ist Gradius! Bewegung! Das erinnert mich an The Forest! Die werden wahrscheinlich irgendwelche Sachen ausprobieren. Die haben letztere Runde recht aggressiv. Aufpassen! Dann kannst du ein bisschen früher abdrehen. Ich muss mal gucken, welche Seite sie gehen. Achtung! Gleich rein, gleich rein! Viel aggressiv! User joined your channel! So, jetzt soll es wieder wöhnen! Wie die Rechte! Abdrehen! Zurück zur Hauptgruppe! Zurück zu Vector! 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 Ich bin zufrieden mit dem George! Peter, ich hab dein Leben gerettet! Das ist ein Problem von 6 gegen! Ist ja egal! Das war dein Leben am wohlsten! Oh, ich bin vor Scheiße! Hilfe! Sei! Der Neber lebt immer noch! Wir töten das Pferd selber! Ich brauche ein Pferd! Es ist eine sehr unglückliche Situation, um hier gesteckt zu werden! Sammelt! In die großen Gruppen! Nicht alleine! Wir haben zwei blaue Offiziersband! Am besten sammeln! In der Gruppe am Rad zurück! Los geht's! Bin abgespeichener jetzt! Ja, ich helfe dir kurz! Oh, das ist Vestrast! Vestrast! Vestrast down! Oh man, der Typ steht ein! Minus 1, 6! Der Arme! Der hat alles wieder zusammen! Sorry! Eike! Dabei, man! Alles ist tot! Das ist meine Chance! Ah, Hilfe! Ich kenne den Typ! Das sind fünf Leute! Das geht alles helfen! Wie kann man verlieren? Mit dem helfen! Alle Richtung unserer Sporen laufen! Wir wollen ein Kind haben! Aber ich werde dir so schnell ein Pferd gehen! Also ich mich mit links! Ich schwimme! Ich bin der Linksseiten! Ich bin der Rechtsseiten! Alles klar, mach sie da vorne! Ich bin da überlegen! Das ist der andere! Ich liebe, die Anbelang! Ich liebe, die Anbelang! Schau mal zur Masse, Jungs, wir sehen, dass hier nur noch viele Leute sind, guckt, dass da fehlt der Rechtsgeriss vom Team. Hier, außen, außen, außen. Nicht schlafen, Lungs, wir sind von ihm weggegangen. Vorne links, Jungs, nicht den Einzelnen, da nicht eins gegen zwei, wer ist wohl, der Nummer des Mautes selber schuld. Nicht schlafen, da ist immer Koffer aufmerksam. Die Beam, ja, sehr schön. Ich will dann Dispaus. Lass das Lebens machen, dann schlafen wir es. Ja, lass die Lebens machen, weg da. Richtig in der Mitte der Map in der einen, Richtung Mitte der Map in der einen. Von links, Erik. Alles geplant. Das war schön, Falco. Wir gehen hier kurz weggegangen. Da ist einer mit nur so einer Formation. Erekt ein Fidget. Mach ihn weg, sehr schön. Gut job. Ach, der Jungs, der Vorderrechte weiter. Von rechts kommen noch zwei ran. Von rechts kommen noch zwei, ja, greift die gleich an, greift die gleich an. Sie denkt nicht, dass wir sie sehen. Schön. So, könnte das Pferd das saven. Wir haben Jungs. Jawohl, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Jetzt nicht alle auf einmal, macht Platz für die anderen. Könnt ihr das Pferd das saven. Weg, Jungs, weg. Irgendwann Rist, Jungs. Weg da. Ja, macht Platz. Weg, danke. Amt. Das Pferd das saven. Macht das, ihr könnt gerne in den Fernseher wissen, wenn Sushi, könnt ihr es gerne zwei Offiziere machen, wenn ihr euch sicher seid, aber macht das mit Überlegen. Bei der Mache, er hat das Pferd das Pferd, halt 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 das Pferd. Hat das irgendjemand aufgenommen gerade? Nein. Okay. Deswegen. Hilft ihm den Boden. Sorry. Geppio, das ist unser zweites Teamkiller. Mikrofon activated. Das habe ich auch gerade gesagt. Geppio, ganz ehrlich, das ist unnötig. In solchen Momenten wünsche ich mir eine Pferd. Immer noch eine gute Karte. Ist egal. Ist egal. Du hast mit einem anderen geteamkillt. Stell dir vor, das machst du in einem 1, 2 gegen 5 und dann ein Teamkill zu tun. Achtung, von links kommt einer. Ich hab dich noch. Dann kommt er von hinten sofort, wenn er kriegt die. Aber super. Ja, Wolland läuft's. Wolland läuft's. Wolland läuft's. Wolland läuft's. Wer war das jetzt gerade? Momentan. Passt. Du hast auf die scheiß Teamkills auf, Jungs. User disconnected from your turner. Da ist einfach nur ein bisschen Disziplin für die nächsten Matches. Ja, Sir. Geht nicht nur um die Kehlen. Das ist auch wieder alles an. Das ist ein ordentliches Teamkiller. 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 Wieso Joined die 2 von denen denn nicht rein? Boah, ist denn das gut getötet, als ich geschlagen habe? Ich weiß, Mann. Ist ein ordentliches Teamkiller. Du kannst einfach rein im Speck schreiben, ne? Oder Joinedoob jetzt mal rein. Vielleicht packen die den da rein. Vielleicht denken die, dass du immer noch nicht spät kannst. Einfach mal. Bei dem aufs Feuer zieht. Bei dem aufs Feuer zieht. Bitte schön. Mach ihn weg. Vielleicht schreiben das jetzt einen, der wir haben. Okay. Sehr schön, Jungs. Wir gucken, ob einer von denen rein joinen. Alle oben blocken. Alle oben blocken. Alle oben blocken. Unentschieden haben wir Jungs. Neu. Jetzt können wir gehen. Ciao. Oh, witzig, älte. Okay. Warte. 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 Bitte töte dich. Sehr schön. Unentschieden ist unsicher. Darauf gibt's ein C. Nochmal ein C. Ich kann nicht mehr erschaffen werden. Wer steht? Minus eins. Was mag denn die ZWZPK da? Los geht's. Das ist unser Referee. Die ist dann Adda Schwede. Adda Schwede. Good job. Ich bin jetzt hier leuchtig. Er hat mich zu spät vor deinem Kopf. Jungs. Achtung. Fress halt. Mich hat er immer runtergebracht. Geht. Freit machen wir rechts um. Rechts um. Und noch links. Ach, links. Ach, links. Ach, Gott. Ich bin abgespeit. Alle nach links wegdrehen, war angesagt. Ich bin abgespeit. Ja, ich hab das links verwechselt. Ja, das ist okay. Der Alke ist abgespeit mit 150 Leute. Am Map ran ist einer. Alle zu der Gruppe am Map ran. Achtung, Fehler. Ja, ich hab mich schon gesehen. Ein bisschen aggressiver angeht. Komm mal wieder zurück. Ja, okay. Hat ihn nicht drin. Wo hast du? Dein Haupt, ja. Na? Also fährt. Mitkommen. Rechts von euch müssen mitkommen. Nehmt den Typen gleich, der ist allein. Weil's von links darf. Von links fehlt hier Vorsicht. Ja, oder? Von links fehlt hier Vorsicht. Oh, die Dinger wieder weggehen. Ja, von links. Ja, von links. Safe fehlt hier. Ja. Sorry, ich bin ins Deck. Aber, ne. So, ich beschäftige hinten gerade drei Leute. Also, wir sollten vielleicht zwei Ecken. Hinter uns. Hinter uns. Achtung, Cat bin über links und rum. Oh. Rum, 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 rum. Da ist ein Gegner. Die Regiermittel, dass ich auch bewegen will, wenn ich einen Call gebe. Ich bin wieder da. Ich bin gerade ein bisschen gesund. Wir müssen alle ein bisschen sammeln nochmal. Oh, rechts gehen. Alles rechts gekoilt. Rechts, Jungs. Den Typen rechts. Habt ihr? Tatschneid, lauf weg. Ja. Schade. Ach, also. Sehr lacke, Alter. Was der jetzt da war. Jawohl. Wunderbar. Das fährt jetzt mal ein. Rechts, 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 rechts. Achtung, einer von uns ist abgespatten. Ja, das bin ich. Weg, 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 weg. Aber ich habe einen. Elf Duke, holt ihn da raus. Elf Duke. Elf Duke. Elf Duke. Oh nein. Habt dich. Alles klar. Ja, ich fand zwei Seiten, Alter. Schön, Roland. Habt dich. Töt das Pferd doch nicht. Vorsicht, von links kommen drei. Ich brauche noch ein Pferd, weil er eins kriegt. Ja, lass das Pferd. Oh, Jungs. Oh, Jungs. Drück zur Masse. Weg, geh nicht reinlaufen. Infanterist, rechts, rechts, Infanterist. Ich bin abgeschpalten. Jop. Die Rechte ist ein Pferd. Oh ne, es ist weg, Moment. Zum Masse, Jungs. Zum Masse, Jungs. Zum Masse. Scheiße. Schreibt das Pferd. Wenn es geht. Ja, das wird nix. Ja. Nicht fürs Pferd sterben. Ja. Wollen wir sammeln? Sammel, Sammel, Sammel. Sammel, 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 Sammel. Sammel, 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 Sammel. Wir haben fast keine Pferde mehr. Das Pferd ist tot. Na, ist nicht tot. Nein. Jetzt schauen. Karte. wir kommen mit dem mittler ist ein bisschen bisschen fährdisch netz wir müssen wirklich ein paar von den töten und nicht einfach so wegwerfen wie vorhin bitte ganz entspannt wenn das ist ein bisschen aggressiver aber stehen richtung map ende zusammen raus ich habe drei bei mir geht man aggressiver ich habe drei bei mir geht die anderen aggressiven ist nicht hier kommt in den händesten ab abgespalten jetzt auf den gehen aggressiv der muss schnell auf links raus links ist eine linke also wir sind noch genug um uns gegen deren cover ist zu behaupten deswegen auf den gegnern verlassen valko willst du vielleicht geben warum er so drei kamen rissen zu euch achtung ja oder ist ein stück weg wenn ich stelle ich große aufgabe ist dicke durch den vertrissen dahin ist sonst machen oben sitzen nichts tun ja das wird immer richtung kam vielleicht läuft ein pferd zurück immer richtung kam der hurenzone ein schulner so ein schulner so vieles machen wie möglich ich spiele ein spiel jetzt stelle ich wahrscheinlich direkt ist noch ein pferd ich vorsichtig ist die ganz vorne sind die bleiben ich weiß ich weiß aber es ist weil da war es noch so gerne machen war es die gegner abgelenkt ich bin ich weg aufpassen sehr abgespalten das wird geben wird das werk machen das ist gemacht werden ich kann ich kann dir versprechen dass alle die ich das motto die in die richtung bedrängt man gegen den infanteristen dann müssen sie vielleicht kabel ist in gegen den thales vielleicht ein bisschen mehr platz zum armen den thales so ganz wohnen ruhig ein bisschen weil die ihm nicht mehr infanteristen helfen alter thales hätte ich gerade fast das motto alles macht versuch nie mal wieder kurz zu machen ja ja ich hab bloß angst dass ich dich dran war das irgendwo nicht durchfährt ja ich hab auch vorhin schon alle gehilft aufpassen wir sind ein bisschen lang gezogen und infanterie ein bisschen aufpassen die hintersten und seit ein bisschen aufpassen müssen die mir den rücken schlägt jetzt bin ich doch nicht was schneller ist habe ich einer mit der habe ich ja ich habe nicht gesagt was auf die erforderen 3 die können wir jetzt nicht allein in bayern es war noch einer hitter und von dem kommt die ruhig angreifen achten wir jetzt aggressiv nicht mal die hätte schön ich dachte wenn kraft kommt ja die kraft die geht jetzt aber gehen jetzt das ist ja dass sie nicht beten ja also wenn die zu traurig alle ist den platz ein bisschen um ja schön 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 guter platz und habe hier auch nicht ins lange genutzt kann ich ja bitte aber jetzt kommt doch mal alles die werden nicht unsere infanterie angreifen bevor du nicht Ah, sehr gut! Und nicht mit Kharles Wir haben ja mehr durch die Infanterie geblieben, als zu richtig Oder die, ne? So schön 1 gegen 1 Durch die Prochtein von denen stehen 2 nur Komm auf Scoreboards Ich weiß noch, wer hat das? Ach, Kharles, Fiki Komm, greif dran! Ach, ich hab doch... Ich hab doch... Das gibt mir noch kein Fett Kharles ist schon mal aus dem Rennen raus, du Ich bin nicht gewohnt, ich bin nicht gewohnt Nächste Schildschreiben, bitte Ich hab doch ohne... Offiziere dürfen Ja, trotzdem Ja, trotzdem bleiben Offiziere Ja, wir dürfen was in den Chat schreiben, aber nicht sowas wie Let me the horse Leute, aufpassen, der ist nicht schlecht Ihr schreibt nichts in den Chat Nicht, das möchte ich nicht nochmal sehen Der hat schon nicht weggekommen, ne? Beendet das mal, ja, der kann nichts Wir haben ein Franzosen-Schwert Nee, ist richtig trash, Alter Gibt den keine positive KD, Leute Der ist richtig trash Oh, schade Spieler der Trash-S-Kategorie Wollen wir uns ein bisschen ärgern, Jungs und noch einen Rumschlag? Ich bin bei dir Ich bin bei dir Richtig Oben blocken Oben blocken Oben blocken, oben blocken, oben blocken Los geht's Oh, tage, tage, tage Hört man nicht eigentlich in der Aufnahme, Hostel? Oh Ich bin so ein bisschen bei Hostel Wohl, ruhig Achtung, bereit machen für rechts um Rechts um Rechts um Gleich die Front ärgern, gleich die Front ärgern Achtung, rechts raus drehen, über rechts raus drehen, über rechts raus drehen Achtung langsam, deckt euch nicht über rechts raus drehen Rechts um Die beinvordersten hier Ja Deswegen Von rechts kommen welche Von rechts drauf Ich halte die von rechts auf Ich halte die von rechts auf Achtung, von links, Eike Ah, ne Ja, das ist ja raus Ja, wir gucken wie die Masse ein bisschen aufpassen Ist einer mittendrin so ein bisschen? Ja Links, einer abgespalten Das ist krass Das ist ein jüngster Hier zur Masse, die bei mir Die werden hier zur Masse Oh, das ist ein Gegner Oh, krass Das hab ich auch kurz nicht realisiert Habt ihr das nicht gecheckt? Nein Keiner gesehen Achtung, Masse, Kopf von rechts Ich hab zufrieden auf meine KD geschaut Achtung, Masse, Kopf von rechts Könnten rechts um machen Nö Bereit machen, ja Bereit machen für rechts Warum? Ja, ich dachte, den ist dreckig, man Ja, ich bin hinter euch grad ein bisschen abgespalten Ja, noch rum und helft ihm Rom und helft ihm Rom und helft ihm Rom und helft ihm Also Umdrehen und helft ihm Also Uah Helft ihm, mate Weggehen 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 Und jetzt Der eine, der andere Sorry, alle anderen weg Der ist dem anderen, mate Helft ihm, mate Ich bin auch abgespalten Helft allen Okay, ich bin da bei meinem Fenster Was? Oh, schade, Doodle Gut, kannst du sagen Ich schlag nur durch die Gegnern, ne Hab ich allerdings auch so gesehen Hm, hm, hm Boah, Alter, was macht der hier Denk die bis zum Mapbende, die die Rechten zum Mapbende dringen Die Rechten zum Mapbende dringen Die Jungs, die dürfte aber schon ein bisschen Fett schnätzeln und so Hab ich Ich finde es sehr schön Aufsehen, weiter, weiter, weiter Video von links, Video von links, Video von links, Video von links, Video von links. Weiter zu viel hier Jungs, nicht hinten aufhalten, wieder zur Masse kommen. Da müssen wir hier vorne so ein bisschen aufpassen, ne? Die gehen in die Ecke rein, ihr werdet rechts raus, die nicht in die Ecke rein, die brauchen die Ecke. Vorsicht hinter mir. Von mir raus, raus raus. Sammeln wieder ein bisschen in der Mitte der Map, sammeln. Ne, Mitte der Map, alle sammeln. Alle in die Mitte der Map Jungs. Sammelt euch, sammelt euch, sammelt euch. Oh nice, treibt die so ein bisschen vor euch hier. Nein! Links hier, links Farrah. I can, bis er nach links gehen? Ja. Fährt saven. Jupp, alle zum Pferd, alle zum Pferd Jungs. Alle Pferd saven. Reisen um das Pferd Jungs, macht da ein bisschen Platz. Wir brauchen noch ein Pferd. Dankeschön. Geht doch raus und... Boah, es gibt ja alles. Hab ich nicht. Okay, alles gut. Einmal auf dem Boden. Bei mir hier vorne die können wir ruhig älger. Das Pferd bitte. Warum block ich denn so behindert? Ach, ne. Psssssss. Boah, scheiße. Wir haben hier links bei Abfall. Die Linken, die Linken, die Linken, die Linken. Rum, 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 rum. Bitte den. Die Linke. Fuck. Danke, Doktor. Der war für mich bestimmt. Okay. Alter, streng ihn aber. Bitte. Ja, sorry. Ach, sammelt euch, kommt zur Gruppe. Kommt zu Deutschland an mir. Wir sind die beiden Hauptoffiziere. Da kommt er hin. Sammelt euch. Sehr schön, Alexander. Schau, das haben sie sie mal sehen, ey. Kommt zu uns. Kommt zu uns. Kommt zu uns. Kommt zu uns. Das ist ein Campland. Und zu uns kommt verdammt nochmal. Sehr schön, Promete. Nein. Warum denn Pferd? Wer hat das Pferd? Wer hat das Pferd? Wer hat das Pferd? Na rechts, na rechts, na rechts, na rechts, na rechts. Mach rechts. Ui. Das rechts. Leute, raus da. Oh. Angreifen da ein bisschen. Mach dir ein bisschen Druck. Alter, mach ein bisschen mehr Druck. Von links kommt noch wer. Von links kommt noch wer bei euch. Ja, ja. Ich muss noch weiter bei euch. Okay, ich nehme ihn. Und ich komme mit drei anderen. Da sind nochmal fünf hinter uns. Da ist ein Pferd. Umdrehen. Andere Richtung ist ein Pferd. Also wir auch, oder? Nein, nein. Nur der Infanterist. Nö, das ist tot. Okay, da wäre ein Pferd gewesen. Achtung von rechts. Von rechts. Von rechts. Von rechts, Leute. Das ist alles geplant. Heilige Scheiße. Shuttle Paredes. Dann hat ein Hit aufs Pferd. 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 Saved. Pferd Saved. 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 Und mitgum jetzt. Mitgum, 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 mitgum. Oh, dieses Pferd hat ja nicht mal mehr Leben. Hier, den vorne bei mir. Den vorne bei mir. Von links. Wir sind um einen Kreis von denen auf. Tatsch, Alter. Ich bin in alle Richtungen geschlagen. Ist doch gut. Vorsicht für die Links. Wieder. War ganz knapp. Ja. Tatsch, Alter. Alles rechts hinter dir. Ach, das ist geil. Sehr schön. Und in dir. Da. Vorsicht, der andere noch. Schön, Fälle. Hab dich. Hier hin. Hier hinten sind drei. Hier ist ein Pferd. Hier ist ein Pferd. Hier ist ein Pferd. Hier kommt das Pferd. Hier kommt den Rechten hier. Macht er gut. Macht er schon automatisch. Dieses Pferd. Das selben. Hallo. Und neben. Das ist ja schön. Ich bin begeistert heute. Und ich glaube Pupin ist raus, ne? Hey. Nee, gar nicht. Der hat auch 2-8. Warum kannst du bitte noch ein bisschen öfter sterben? Neben noch drei Gegner. Wo sind die? Was? Irgendwo fehlt einer. Das tut mir unglaublich leid. Der war echt so schön. Hey, Tiff. Ich hasse dich heute. Alles. Kannst du mich nicht abdrängen? Sorry, sorry. Abtreiben. Echt von dir? Vorsicht, rechts. Das ist sein Geld. Jetzt holst du den aber, oder? Ja, rechts. Drehen wir um. Fuck. Das Pferd. Da. Das Pferd mal. Alles? Ja. Könnt nicht mehr. Ich dachte. Na, Entschuldigung. Ich dachte, da wäre ja einer. Fuck. Ja, alles gut. Weil ihr solltet ihr durchsammeln und einen auf einmal rausfokussen. Weil wir haben jetzt mehrere zwei gegen eins. Ooooooh. Neb haben wir ja. Ooooooh. Ja. Ja. Ja, ich bin unterwegs. Ja, ich bin unterwegs. Ja, das ist deines. Ähm. Woher? Deiner? Nehmt mein halbtotes Pferd. So wie das Regiment ist. Ich glaube, ich bin heute fünfmal ist man tot. Good job, Bauer. Ich steh mir. Bauer, halt die Fresse. Wow. Sehr schön. Basilian. Was? Wow. Ja. 7 zu 1. Was? Da war Skippy und gerade mal geboren. Ey. Kommt. Nein. Oh, Block. Oh, Block. Oh, Block. Oh, Block. Nein. Okay. Falko sieht aus. Moment. Gut. Wie heißt denn der YouTube-Channel? Ja, guckt ja später. Hä? Da kann ich gleich klären. Was kann doch kommen dann? Das kann man dann noch. Jungs, ruhig, kann ich nicht mal. Ruhe, bitte. Ruhe. Bereit machen. Bereit machen. Was guck ich dann geradezu? Oh, come on. Ach so, links. Für die. Ich bin da hinten. Ich bin da hinten. Das Beste ist. Wenn das Match hier vorbei ist, kann ich mir gleich unseren Gewinn gegen das 7e angucken. Haha, es ist ein Gewinn. Ich bin da hin. Ehh, Fertz. Lass es mal neben dem, lass es nicht salven. Ihr müsst es nicht salven. Wir haben einen Infanteristen. Das Pferd salven. Ach so, ach so. Das ist zu lange. Das wusste ich nicht. Oh, leu. Nein. Alle zum Pferd. Alle zum Pferd. Alle zum Pferd salven. Ihr müsst nicht stehen. Könnt euch ein bisschen rumreiten. Ähm, okay. Alle haben den Pferd gesalved, aber niemand. Das Pferd. Die wird dann den Infanter... Ach so, der Infanter... Ja. Wir haben... Oh, Jungs. Oh, nice. Ja, das ist ja schön. Jedoch, das Pferd drin. Vorsicht von rechts. Von rechts, von rechts. Wo ist unser Offizier? Ich kann nicht alleine klarkommen. Nicht alleine, Jungs. Sammeln, 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 sammeln. Ja. Von rechts. Von rechts hat er das. Äh, Woland. In der Mitte sammeln, Jungs. Ja. Hier ist ein Pferd. So, Pferd, dann... Ich bin doch ab. Oh, oh. Boah, mein Mann. Ey, boah. Auf geht's los. Tats, da hab ich rein. Genau der wollte mich gerade töten, aber ja. Oh, Glück gehabt. Töten, wenn's geht. Uiuiuiui. Hey, Tarzan. Ja, Tarzan, ich hab dir heute diesen Tyb. Hilf mir dem Infanter-Mausen, ne? Ja, 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 ja. Und dann gehen wir in das Zimmer. Jungs, schssssssssssssss. Ich nicht. Okay, ruhig noch mal ein bisschen. Wir haben ein Pferd. Wir haben ein Pferd. Wir haben einen Pferd. Ja, ja, ich komm. Pferd hast du? Pferd hast du? Oh, gut, die Wengerin direkt. Nein! Alles doch gut! Ja! Ich hab' noch bekommen! Was? Jungs, 10 gegen 6! Bullshit! Ich hab' gebrocht! Nicht übermütig, wir können eine Runde wegschenken, Jungs! Wir sind hier in zweites Motto, das heißt, wenn ihr Pferde seht, dann bitte nicht gleich die Kehle durchschneiden. Okay. Voll die Kehle. Links, links, links! Oh, scheiße! Ich bin durch kein Bauer, das ist ein grünes Banner, also der machbar seid. Passt, links, links! Nimm den gleich, nehm den gleich, nehm den gleich! Jetzt haben wir dich reingelaufen! Wunderbar! Von hinten kommen welche? Alles mal frei! Da kommt noch einer links! Den links, der ist alleine! Links, links hinter uns! Links hinter uns! Vorsicht von rechts! Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns! Ach, schade! Komm, den haben wir! Pass ich von rechts, kommt einer langsam! Ich kümmere mich um den von rechts, mach du den da vorne! Äh, hinter euch kommen noch! Ja, okay, okay, okay! Die haben sich jetzt hinter euch gesetzt! Hat'n Hit rechts, hat'n Hit rechts! Der legt dich um! Ah, scheiße! Ah, fuck! Der, der! Okay! Hab'n dich an Garry... Roland! Danke! Roland und Garry sehen fast gleich aus! Roland ist allein! Ja, das sieht aus! Ja! Schlimm ist, dass ich auch alle gesichter auswendig kann! Ja! Kann ich auch! Jungs, wir haben ein bisschen zu viel auf dem Boden, oder? Lass' den! Das mountet ihn noch in Ruhe! Ja! Lass' den denn! Ich hab' sein Perk, ist auch spottet! Uff! Ich hab' sein Perk, ist auch spottet! Ja! Ja, sehr schön! Ich möchte anmerken, dass ich MVP bin! Ich bin MVP! Ach so! Ich bin man of the match! In dem Fall! Noch! Ich hab' das PB-Spielen die ganze Zeit, oder? Ich hab' diesen Pw-Spiel in den ganzen Zeit, oder? Oder das machen wir jetzt nur, unseren Fernsehen lassen, okay?! Und anmerken! Pw? Ich brauch'n Holz! Alter! Es ist ein Kill! Ich feng' dich mal an! Also, also! Mir hat diese Runde schon zwei Kills geklaut worden! Also! Mir fehlen auch noch 8 Kills! Also! Es geht echt nicht um Kills! Ja, ja! Es geht Wenn man gewonnen hat, geht's nicht mehr! Es geht um die Kante-KATE! das würde nur aus dem wälder gibt hier geht er bitte nicht drauf ich will nur ausbremsen ich gehe ja ja bremst ihn aus das alles geht auf ich sag sag ich immer hannes bürger lüge nene nene rometheus wohland ich befehle dass dieser kill mir gehört hat ach so äh gilt immer irgendjemand anders als checker hat man das wert in der letzte ich bin eigentlich befehle mir was der nächste kill meiner ist er hätte übrigens viel zu leichtig für den wälder ist so dass deine mutter ist YouTube Achso, wir haben ihn trotzdem weg Wie ist dein Mist da? User disconnected from your channel Tschüss, Falco Wir haben nichts gegen die Person, ich bin mir sicher, es ist eine nette Person und es sind eh... Gut Oh, ich safe das Pferd Ja, ich safe das Pferd Ja, ich safe das Pferd Du bist noch wohl, wenn du es nicht safst Halt dein Maul Wie ist dein Pferd? User joined your channel Zeit, wieso? Jetzt ist es Jetzt ist Hannes Erster So, jetzt müssen wir uns weg um Umolnocken Umoglen Um clan 9-9 rius Gehen wir nachher uns um. Eine Umdrucken 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 auch noch nach Hause. Bei letzter Runde war ich nicht mehr so schön wie die Runden davor. Wir hatten viele Dismounted-Dev. Wir sollen was nach Besprechung machen, die ist schon neuer. So, los geht's. Also, die kommen da gerade, wenn du... Ja, gut, geht ja. What? Alles klar. Wir können da mit nem Keil reinlaufen. Also, das ist nicht Tachshut? Nein. Das wär's nicht Keil. Wir spielen aggressiv, warten, 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 warten und los! Ruhig, ruhig, ruhig. Das wär's nicht Keil. Ich weiß nicht, die letzte Runde weg. Schöner Helfit hier. Alter. Rechts die beiden, vorne rechts die beiden. Drei. Boah, ein abgesch... Alter. Hier links von dir, hier links von dir, hier links von dir, hier links von dir. Das wär's nicht zurückgefallen. Mach, fuck it. Alke, musst du aufladen? Feigling! Feigling is trash! Alter. Die war ein lebendiger Feigling als ein toter Held. Alles abgespalten. Hallo. Hinter uns, Jürgens, hinter uns links, hinter uns links, hinter uns links, hinter uns links. Safety hinter uns. Aber erstmal stacken. Zwei. Der war... Räbel! Räbel! We're coming! Jetzt! Mit, mit nem Keil reinlaufen in die Gegner. Das wär schon geil. Das war optimistisch, Alter. Das Glück bin ich da nicht geschockt. Wir haben was mit zu bedienen, Alter. Leute, Ruhe, bitte. Achtung, die ganze Masse läuft in diese Scheißecke rein. Aber alle. Danke, Bauer. Genau, Bauer. Wir wollen die Runde nicht verschenken, aber wenn wir gewonnen haben, streng das noch mal an. Wir brauchen die Runden. Nimm mein Pferd. Alter, den hast du richtig schockhaft gestorben, Alter. Alter, kann ich meine Maus? Oh weh, dass die spawnen. Die spawnen. Die spawnen. Ganz richtig, Leute. Ganz richtig, Leute. Verhandelt den Rücken. Hinter uns links, hinter uns links, hinter uns links. Alles klar. Richtung Mapende, Richtung Mapende. Zwei Gegner. Easy geht's. Rechts links nicht rauslassen, macht euch breit, macht euch breit, macht euch breit. Auffassen, Bauer. Der Mapende ist eh direkt da oben. Der Hurensohn. Hey, da kann man nicht mehr was Pferd angeht jetzt. Ist das Pferd wohl? Ja, geht aufs Pferd hier. Masse kommt, Masse kommt, Achtung, Kopf oben lassen. Wieder hinten links, wir laufen wieder in die Ecke rein. Hinten links, wieder hinten links, hinten links. Ja, nice. Hinten links wieder in die Masse, in die Ecke, in die Ecke, in die Ecke, in die Ecke. Sorry. Schade. Schade. User joined your channel. Dominik, letzte Runde bei uns, aber du kannst meinetwegen noch einen Nachbespräch mitmachen. Brad is here, 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 here. Slight goes for the startup. Okay. Leider. Entschuldigung, äh... Well. Ah, schade. Oh shit. Geh mal zu der Masse. Aufsatmen. Oh, fikt ihr den jetzt mir auch lassen können? Fikt dich, fikt dich oder so. Es geht hier ins Gewinnen. Wie sollt ihr es mich überrundet? Weil ich besser als überrundet, perfekt. Überrundet. Ja, und wenn wir zusammenkommen, muss ich auch ein bisschen hier. Hätten wir mir vor allem freuen können, Leute. Schwimmbegriffe tut mir leid. Es war sehr schön, niemand hat schwimmbegriffe. Alka hat den Fettel-Dimmbegriffe überrundet. Ihr habt nicht mehr Runden. Schwimmbegriffe, natürlich. Oh, ja. Fett. Hat jemand vor allem vor der Formel 1 gekostet? Hat jemand vor der Formel 1 gekostet oder was? Oh, ist das klar. Hast du mein wunderbares 1 gegen 1 gesehen? Ich hab's versucht. Wetter dir. Ah, wunderbar. Oh Gott. Das Schaden gerade. Wetter dir. Jungs, heute waren wir von Infanterie weg, weil ich nicht so... Date. Hat irgendjemand vor der Formel 1 gekostet? Ich komm noch dran, ich wollt ihn nur links ab. Alter, Hannes, nee. Lass die Infanterie in Ruhe. 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 Lass die in vollem Tor in Ruhe. Lass die Infanterie in Ruhe. Das ist krass, hat echt einen schlechten Tag. Das ist sicher, dass ich fand... Hannes. Denk mal ab. Du reißt da die ganze Zeit rum wie so ein Geier, ne? Ich würd dich am liebsten dismounten. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Lass die. Lass die. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Was? Äh, Treib C. Nachschling. Okay. Wunderbar. Ich halte. Ich finde das schön, wenn die 4 Leute erst. Abschneiden, wenn der Kiel sicher ist. Weißt du, wenn du direkt dringst. Nein. Habe ich. Der Kälte muss schon fast genau werden. Da könnte das 2 Schläge finken. Der links, der links. Der links. Der links. Er der links. Hörl da, pass auf. Der war nevermind. Ah nee, gar nicht, an den ja auch 16. Scheiße. Ist bereit geboren, einfach. Hörl. 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 Rechnung fehlgeschlagen. Uh. Die haben gestiziert. Bester Steuerung. Ich hoffe, dass das so aufgenommen aussieht. Hörl. Hörl. Vorsicht, die anderen kommen. Sehr gut. Den haben wir hier. Weiter, weiter, weiter links. Ich weiß, aber so ein Mates, die mich abdringen. Sorry, den hab ich übersehen. Ja, Vorsicht, jetzt von rechts. Links dranbleiben, links dranbleiben, links dranbleiben. Scheiße. Lass das die Infantrie machen. Hannes, du abschneid. Ja, lass das die Infantrie machen. Der war unverdient. Können wir bitte den Orden-Geyer-Einkönig machen? Den hätten wir aber alle. Komm, hier dranbleiben. Bis auf Scheidock hätten den alle. Ich, nee. Johannes, der Geier der Infantrie eingreifen. Ich war's. Ruhig bleiben. Doch, Falko, wie ohne cool. Falko, das war echt nicht cool. Sehr schön, Checker. Jungs, keine Team-Kills. Es ist machbar, ich zeig. Leute, ich mach's. Juhu, Juhu, Juhu. Juhu, 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 Juhu. Bestes Cup-Regiment Deutschlands. Soll er mal oben blocken, er hat mal ein C auf den Sieg. Habt er gut gemacht. Der letzte Gegend, da wurde ein C auf den Sieg. Green Shot machen, das wird eingetragen. Bist du behindert, dass du irgendwelche Probleme hast? Bist du ein Schwast? Hinstellen und nix tun. Hast du irgendwelche Zuckermangel oder was? WTF? Oben blocken. Deswegen lustbar, können wir halt nicht verstehen. Ich hatte 14 Kills. Jungs, ruhig. Keine Angst, man. Also, als ich... ... ... ... ...